Willkommen zurück zu Dawnstuff, dem Flash mit Centus Hallo und jetzt sitzt der Tag, das ist doch voll Wir haben uns noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein paar Mods reingeschmissen Kleine Ein ganz simpler Mods, die uns ganz viel helfen, oben rechts eine Anzeige Dass wir sehen wie viel wir noch haben, dementsprechend von dem Herz aus, wie kalt das ist, wie warm, weiß ich nicht was Extra Stort für ein Amulett Und dass wir auch noch einen Rucksack haben, dass wir beides tragen können, was sonst voll assig ist Na, das ist nicht so schlimm Und dass wir mal sehen, wo wir grad sind, also derjenige von uns Ja, ich will hoffen, dass das mit dem, aber eigentlich müsste es klappen, wir sind da schon ziemlich weit auseinander und das Icon ist noch da Und das passt sogar für beide, für beide Maps, das ist kompatibel Das ist schon mal geil Jo, fällt mir grad auf, da oben bist du ja auch Ja, zuerst mal was essen Ich tu mal ein bisschen Holz fällen Boah, wir sind schon voll schnell gewachsen eigentlich Was denn? Ja, die Bäume Ich weiß auch nicht warum Ich bin drückt, ich geh mal kaputt Oh War ich nicht Ein Flint, du bist ne Drecksau Ah, ich hab kein Flint mehr, das fehlt mir Werkzeug Oh Der ist mir aber ausgerutscht Ausgerutscht Wer es glaubt Ne Schaufel hab ich mir auch gemacht Na, 40 Holz Hau mal den mal weg Noch ne zweite Truhe Hm? Soll ich noch ne zweite Truhe machen? Klar So ein Gefühl drum wie es geht Warum stört hier nur? Wollte ich auch grad machen, du Arsch Dann war ich mal eben noch ne, warte mal was Ah, wir haben keine AA Ne Beanbox Ja, ne Beanbox brauchen wir später Mit dem Casher Ja, generell Ähm Machen wir ne Cookpots erst oder machen wir erst ähm Diese Hänge Dieser Drei Dinger zum trocknen Alles ist besser Trocknen ja jetzt immer ne Erst trocknen Ja Ok, da muss ich paar Steine rausnehmen Das Nein, ich nehm einfach mal alles eben raus Also erstmal die Trockenstation Ich würd sagen, die Hasen lassen wir ein Leben Weil erstmal Bevor wir die Verarbeiten Ach, ich brauch drei davon Vielleicht ja auch nach der Zeit Und genießbar wird Weil so die Haltbarkeit runter geht, ne? Ja, aber bei dem getrockneten Fleisch Dauert das Ja, aber ich mein ja Bevor wir So generell Wenn wir genug Fleisch haben Dann wird die Hasen trotzdem am Leben lassen Erstmal Ja, das können wir machen Muss ich so wieder drehen, dann geht das Aber hier oben müssen wir auch noch ein Feuer in die Ecke setzen Dann haben wir eigentlich alles Ja Ah, ich guck ob ich noch einen Kochtopf hinbekomme Drei Steine Ja, mir fehlen nur drei Steine Kann ich nicht herstellen Keine mehr eine Tour drin? Ich hatte ja genug da reingetan, ne? Ich musste diesen Katzstein also noch bearbeiten Oh Komm her Kochtopf Ich hatte ja genug Stein reingetan Ja, so Jetzt haben wir beides Gehen wir nochmal ein bisschen auf Erkundungstour Ja, und ich mach noch mal ein bisschen Holz Oh ne, das kann ich eigentlich über Nacht fertig machen Das ist natürlich blöd Ja Vor allem wie die Welt heißt World Ja Soll ich da jetzt irgendwas ändern, ist ja auch blöd World World Pfff Ja, mein Herr hat auch insgesamt 200 und 175 hat das jetzt sogar Ja Sag ich hier, das wird einfach die Komplettanzeige, 23 Grad haben wir jetzt nur noch Mhm Ja, ist über Nacht Also komm mal gucken, wann Winter kommt Wir standen ja auch am Feuer Oh, mein Magen hat 88 Gerade jetzt 87 nur noch Ja, ich hab auch noch 87 Hey du Nachmacher hör auf Disconnected Was? Du oder was? Ich habe runtergefahren gerade Oh yo Oh und das denn? Weiß er nicht Aber disconnected eben Okay The server is not respawning The server is not with the railing loader The server is not with the railing loader I don't know Weiß er nicht Weiß er nicht He? He? Warte mal Ich Spende mal ganz kurz das Spiel komplett He? 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 Das ist ein bisschen komisch gewesen Hm, was? He? Dass du disconnected bist Kann sein das Ne, mein Internet Ich bin auch drunter Meine Ahnung Ne, Hamachi is online Komisch Verwirrend Ach, ich hab nicht nach den Garninchen geguckt Verdammt Verwirrend Verdammt Ja, China the game Ja, China the game Ich hab wahrscheinlich kurz nen Disconnect gehabt Ja, das kann natürlich auch sein Ach, du bist doch kurz vorher rausgeflogen Vielleicht hat Steam gedacht du bist noch drin Aber du quasi Gip du Dannegendon Und dann irgendwann so nöööööööö. Ja, im Arsch Büffleehle, Büffleele, Büffleehle Kacke Kacke Bisschen Kacke mitnehmen Erste Sache mal kochen Ob da ein bisschen was haben Es wird dunkel Du hast keine Fackel mit Feuer setzen Hier liegt schön viel Kacke in der Umgebung rum Ehh Jetzt wird das mal Kacke Fick dich Sackgerecht Wofür brauchten wir den Bart nochmal? Für deine Puppe Damit wir nachher wieder Falls einer doch stirbt dann wiederbeleben kann Das war glaube ich bei Magic Shadow Multiplizator Ich weiß nicht welches das Living Giving Abolette Das könnten wir auch machen Du brauchst so ein Ding noch Eid Light So Mein Gehirn muss doch Oh ich muss Blumen sammeln wieder Was brauchen wir denn dafür Was brauchen wir denn dafür Obwohl Wie war das? Guck Gehirn brachten grüne gebratene Pilze Ja Dann passt das nämlich Dann kann ich davon welche fressen Und dann muss ich nur Blumen wieder fressen Ja und dann hast du eigentlich beides wieder hoch Und noch wieder Belebungsstein Super Oho Hier ist ne ganz schöne Herde Hallo Äh äh Die tun dir ja so lange nichts Solange hier auch kein Viech von denen rumrennt Ne so nen kleinen Junior Von denen Uns ist alles okay bei denen Ich hab 10 Kacke jetzt 10 Kacke ist ganz gut Dann können wir ein paar Bärenbüsche Elf Kacke hab ich jetzt Versuch mal ein bisschen mehr Kacke zu kriegen 12 Kacke Ich bring dann gleich den Bärenbüschchen mal mit Ja genau bring mal ein paar Bärenbüschchen Aber nicht so viele Weil dann würde ich sagen Dass wir so Ähm Unsere Basic Farm bauen Basic Farm Die kostet 4 Jetzt weiß ich nicht was die Große kostet Basic Farm Weißt du was die Große vielleicht kostet? Guck doch nach Ich bin nicht im Lager Ich auch nicht Ich bin aber wieder fast da Arschloch 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 Bin ich nicht Okay Weil diesmal schaffen wir das länger zu überleben Auf jeden Fall Ach das würde ich doch hoffen Äh Wir brauchen 6 Kacke Ich weiß gar nicht Wie hoch war denn das längste eigentlich Wo jemand überlebt hat? 500 500? Was mir bekannt ist Was ich mal nachgelesen hab Weil ich ja die 100 schon geknackt habe Das sowas ist doch echt krank Ehrlich Aber das Spiel Wenn du es gut kannst Dann ist es ganz geil das Spiel Ja Wo hast du überall wieder eine Wenn du eine Basis fertig hast Dann nimmst du halt Vieles davon Und machst du eine neue In der Nähe Ja Was hast du hier eigentlich eigentlich